Stellen Sie sich mal vor, Sie sind vielleicht Mitte 40 und Sie fahren einmal im Jahr zum Hochsee fischen. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen entscheiden Sie sich dieses Jahr nicht Hochsee fischen zu fahren. Wie werden Sie sich trösten? Sie werden sagen, ach, ich kann nur noch 20 Jahre lang Hochsee fischen. Wenn Sie Mitte 40 sind, dann können Sie nicht 20 Jahre lang Hochsee fischen. Dann können Sie, wenn es gut läuft, noch 20 Mal Hochsee fischen. Und wenn Sie dieses eine Mal ausfallen lassen, dann sind es noch 19 Mal. Und ich wünschte mir manchmal, die Zeit würde nicht anzeigen, wie viel Uhr es ist, wie viel Zeit vergangen ist, sondern da würde stehen, wie viel uns noch bleibt. Ich sehe jetzt für heute, mir bleibt keine mehr, aber ich möchte Ihnen eine Botschaft auf jeden Fall mitgeben, einfach weil sie mir enorm wichtig ist. Nutzen Sie den Moment heute, hier und jetzt. Es gibt so viele verdammt gute Gründe und bestimmt steht einer von Ihnen auf der Postkarte. Ein toller Autor hat mal gesagt, One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you've always wanted. Do them now. Aplausos. 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 Aplausos.